Ich guck kurz. Mach, 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 mach. Am und fertig. Okay. Biss wieder professionell am Arsch, ey. Also, herzlich willkommen zu der... Siebten? Sechsten? Siebten? Folge? Ne. Sechste. Du hast bei... Die... Die fünfte. Das Geilste, du hast bei den letzten Videos einfach nicht die Zahlen zugeschrieben. Ja, komm ab Jetzt bin ich der fünfte Ja, also, wir haben jetzt die fünfte Folge Ähm, heute spielen wir eine Scar Eine Scar Eine Scar Eine Scar mit irgendwas an Dings drauf Und natürlich einer Desert Natürlich einer Pistole Heute haben wir die Desert Eagle genommen Und sonst eigentlich alles random außer Primary und Secondary Und Felix, hast du noch was zu sagen? Erst Besonderes, ich sehe, ich bin ja schon von der Bezählung mit meiner Maus Und die Mausfarbe und die ist das Ananas Ähm, ich nehm halt auf Der Grund, warum ich vorher nie aufgenommen habe, war Er hat Scheiße Äh, das ist mein Streamlabs OBS Das ist frühes OBS Der leckt meine Arbeitszeitaufnahmen Das mache ich aber OBS Studio und da soll es eigentlich gehen Also mal du schon Ähm, ich habe, also die, äh Ich rede ein bisschen über die Waffe, die hat 20 Schuss Die ist präzise as fuck Recall Ihhh WTF Ich bin so oft, ne, dieser Scheißpack Ähm Recall ist schon hart Und die ist 20 Schuss Aber Ich bin schon über 6 Und habe jetzt hier Plus 5 Schüsse Das ist schon Chakuzel Ähm Ansonsten Hier habe ich Quick Reload Aber ich glaube, ich nehme nochmal Äh, Balance drauf Weil, Digga Das Ding hat so'n Junge, ne Dann habe ich hier Marathon Und Quick Recovery Also schneller heilen Äh, das ist ziemlich Das haben wir beide Mhm Haben wir beide genau die gleichen So, hier habe ich das ACOG Mit dem Cross-Zort Liebe ich Wie gesagt, die Extended Mag Ähm Ja, wir spielen wieder Team Deathmatch Äh, pro Runde 15 Kills Am Ende Äh, 60 Ihr kennt das ganze Prozedere Und wir sehen uns gleich In der Aufnahme Bis gleich Äh, in der Aufnahme Ach, Digga Ich bin so dumm In der Runde Bis gleich So, und das ist wieder eine Runde Luca, der hat mir die falsche Waffe genommen Läuft bei dir, Luca Nee, Digga Ähm, die Scheiß-Dings, Alter Ihr seht, ich habe, äh, 25 Äh, 20 Schuss Das ist aber auch, dass ich, äh, unten rechts Unter 25 Keine 80 Der, der, der Ding Da hat mir einfach irgendwie die G36 genommen Oh Gott, weil ich schlechte gerade Oh, Gott Oh Gott Verähnte, Urge, U-Rusvater, das ist nicht gesehen Ah, ansonsten, wie gesagt, der We. Call ist Alter Ja Ähm Aber ansonsten Äh, die ist schnell, die ist, die ist macht Die ist er sogar Ich kann nicht, der wo die, die hat bei dir, der Mager-Output-Krank ist Ja, ich weiß Nichts gehts, so Ich hab halt quickly oder rausgenötete, ich bin nicht ziemlich langsam nachladen, aber muss ich jetzt mit leben und koffer schlecht wenn sie uns aber die vereins ist gut ganz hinten steht es aber ja nachkommen ich bin fast ich bin gar nicht mehr hinter uns haben ihn hätte ich muss sagen ich mag ich glaube ich fange jetzt auch ein bisschen an wieder mainz also nicht main aber so anstatt meine m4 alter ich sehe die immer nicht mehr meine augen heute alter ja komm digga ich dachte nur die sniper ich bin jetzt viermal durch die sniper gestorben weder karl die ist ja ein spiel schmutziger oder schädig wird die gar nicht und liegt mit einer pump auf dem bau auch hier mann jetzt ist über eine aufnahme wie der sich erst mal noch fragt ob ich höre noch exodus wie komme o kürz soll ich bis jetzt ne 1 kill glaube ich ich auch er sollte wieder eine stelle verkarten sind ja gewohnt von uns oder von 6 oder 5 eben wie wir haben nicht eine gewonnen und streamen also auch mit aufnahme weil die es gibt die dsg die wir mal gemacht hat die wir gewonnen haben aber meine aufnahme jetzt geklappt hat ja ich weiß ich auch gerade sagen wir haben nicht mal eine einschlag ziemlich lange nach da war einer auch mit jungen ich mag diese map auch gar nicht naja ok ich war schlecht sorry das hat jetzt keiner gesehen jungs ja und mir ist natürlich wohlgucken was willst ich glaube nicht ich glaube er nicht also besser so aber um mit dem folgern sehr gut da kommt noch einer aber er ist erst auch ganz hinter mir auch Gott wie schlecht war der und immer noch einer der Mannsfragen der ehrenlose der ehrenlose Allmann und mit über 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 konzentrieren leichte wo die das worden Lula ob der fahrt dafür im Gegner sportlich gibt es die Gereine so es gibt es können man muss die die durch diese Egel ein nicht das war gerade wollte ich das scheiß teil kaputt machen weil es mit diesem tag bewegungssensor dann explodiert und dann hat er explodiert das wohl ich das in zerstören die werden engliger Claymore sie überleglich die Fensterpiken die Fensterpiken nein das hätte mein Kill sein müssen ich bin jetzt auch wieder beim spotting und ich bin hier ich versuche für dich bis zu markieren ja ich versuche dich müssen zu markieren da kommt er echt ich habe den typ noch bekommen aber ich bin direkt gestorben weil da drei leute waren ich weiß wo die alle sind jetzt sind die ich mir gespottet ja ich wollte eigentlich aufzubauen jetzt guckt ja da waren drei da waren drei konnten wir bekämpft der eklige sie ja da kämpft schon kommt dann hinter uns auch gott heute alle gar das war los ist kein der ausgubt alldaten geküxt ob da auch fach ich hätte euch wollen als zu sehen auch kein jahr für das dass wir so rein scheißen dieses gar nicht mal so scheiß ich glaube ich habe nur 3 4 kills glaube ich nur ich weiß gar nicht wie viele ich habe ich glaube auch so 4 5 alle die die ganze Zeit beim Kieser Team diese Schülmacher ja und auch der Karte jetzt kriegt der kriegst du dir ab das weg ab in oder die Gitarre über dieses Kühl-Quick-Skopf DSR und Kau so wie toll alter rot darf ja nicht besser die hohe nicht besser 8 egal wie ich auch kommen das hat der ich für super es bleibt umgeben sie mal so aber wenn diese mit diesen welchem älter egal so jetzt durch die sterbe ich bin nicht gestorben aber manches gesagt ich hab nichts gesagt wird zum thema sterben links rechts die drohne auf die drohne ab mir kommt er vor uns hinter uns bekomme ich kriege immer den gleichen dsr typ man riecht mich das auf der dsr oder k ich habe nur dsr oder k verstanden also also ich habe mich noch ein heller der eine der eine generiert so easy zwei hätte ich mir auch junger sniper ja ich habe es ein paar ich gut fliege in der stadt ohne rauskrieger ich hasse es einfach er trifft ist einfach schon so auf mich ok kollege das ist ein tag heute ne freut mich das freut mich doch ja das meine ich genau das meine ich mit den Snipern genau wie er mich da bekommt digga wie ein junger gott wie er das eifert ich hab nur neun kills wie viel habe ich 11 scheiß wir haben kam mal 20 von der hänke streis digga was gar nicht mal der sich 11 gemacht hab digga ich hab vor ich hatte viel weniger ge-dacht oh alter was war das denn für der guck 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 sie an bitte ja ich weiß das war ich gerade gestorben ist ja wow alter digga aber dieses sniper die kannst du nicht geben oder wie viele das waren auch also jeder hat gespielt ne ich letzter platz jeder hat gespielt so jungs dann sehen wir uns gleich in der nächsten runde bis gleich pause machen so und das sind wir in der runde ich hab extra das homo holoskop genommen für nahkampf auf einmal kommen wir auf die fernkampfs mit den urus vater ich auf das kabobie und ich bin direkt tot und weißt du warum weil ich ne holoskop drauf habe das ist überhaupt also no homo das ist halt für die mit 0 die telefonnummer hat mich gekillt das hat null geil dieses kopf junge wer war ich denn danke du guckst in self ja warum spiel die alle mit ein bisschen empstern ist das für mensch habe ich ganz angeschissen ich hab ihn egal die empstern ist egal was ist das ab ihn wenn sie ihren scheiß im peter stücker wer seid ihr wort da auch folgt hitboxen ich hab die habe ich gerne nicht selbst getroffen aber hitboxen nein von hinten kommt immer hinter uns ja achte ja wie kommt ihr gerade dauerst hinter uns digga wie hat er mich schon da gehört ist ja die hunde sind überall wie willst du da was machen wir haben gerade mal neun keel ich will ich mal so trägst du mich ab ich habe ein bekommen dass wir 40 ich habe die telefonnummer aber eben schon mal angerufen geht kann daran egal die sind ja überall von wo kommen die das sind kommt wie ich noch kennen ja die kommt ja so ein telefonnummer ich weiß aber die eine die das sind auch mann von überall ne ja egal ich kriege überall was von mp-granaten ab was ist das okay ja ne ja ich hatte gehandelt und wenn ich zu sagt ist die map ist geil für dies gar ja aber in der runde aber nur mit melkoch abzuges der mp ist dann will ich eigentlich abpacken also was bringt ja ich bin heute nicht mal was der schuss war geil der kill war geil digga ich habe vor dem bildschirm gespuckt von wo von hinten erklärt einiges und wo und wo und ich habe ich spuck auf meinem bildschirm ey mein überall hinter uns vor uns in uns ne vollständig immer also jeder muss jetzt 20 kills machen ne ja mindestens feier ich nicht muss ich sagen denkst du durch wenn die doch mit irgendeinem wix mp-stanz ankommen digga die nicht mal was bringen ah danke fürs löschen von mir Bro ich verstehe auch nie ich werde auch nie verstehen welcher mensch sich mp-granaten holt und die dann aktiv nein nein das ist es nicht egal es ist ja so ein launcher sogar das ist ja das traurige dabei ja es ist nicht mal granaten aber beides er wird granaten werden und nicht mal so schlimm aber launcher digga das ist ja safe für euch aus wie warlock aber ich sehe nicht halt nicht ist es ja ein halber warlock digga die telefonnummer hat so wenig lebt du kannst immer mit telefonnummer aufhören ah das stimmt aber oh wie er da gecampen wollte oh je den hab ich aber gelöscht hast du es gesehen? da gehts um meine schlitzer ja ich weiß ich sag immer nix mehr dazu ach man ey das ist ok wenn ich einfach nix mehr dazu sage hat er mich gelöscht egal wo zur hölle sind die denn immer ich war ja zum geschluss sorry jungs hier oben ist ja wirklich einer ist der weg gerannt diese verdammten exklusiven das ist ja die klinge die ruhig ich das und so lange auf ja das war alles zu gierig joo reich tschüss emp granaten sein urgroßvater ja ja oh ich bin mit der netten komm hehehehehe wie schlecht ihr gegner sind digga wir kamen aus dem nix gefühls what the fuck ja da kam der von unter ah Junge die runde ist ziemlich stressig sag ich euch jetzt schon mal na auch gar nicht bin so blöd beide wurden sind scheiße der stressig hab ich gesagt oh ne nicht blade nicht blade nicht blade nicht blade was hier ist digga so wo ist denn die gehende Drohne ich will die gerne mitnehmen da da hinten wir haben zwei Drohnen sogar was denn da jetzt los ha ha bin ich schlecht ja da klopft sieht sich auch wieder jappi komm runter loot digga ich kriege ich irgendwas in mein Kopf rein dieser SG-Typ ne also ja die SG ist gut aber wie oft bin ich gerade damit penetriert durch meinen Schäden ok nein ja wir haben die Runde easy verkackt und Leute noch eine Challenge verkackt die fünfte hinter digga und heißt wir den hab ich gelöscht gelöscht ach digga das ging mal in der Spange ich war jetzt alles gut oh Junge im roten Waggon oh nee doch nicht wo komm her nee 1 ich hab nur 13 und du hast nur 8 ok nix ich werd wieder verkackt das fünfte Mal hinterland ha 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 wo steht hier ist noch der Anrufer an ha 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 nein lass die Telefone in meine Ruhe ja guck hier guck ihn dir bitte an guck mal guck ihn dir an weißt du was trauriges weißt du was trauriges wir haben warte wir haben 41 Kills zusammen also wir haben 19 Kills zu wenig so dann hängen wir nochmal eine Runde dran nein warum nein wir werden die ja digga ok warte warte ich hab ne die also wir machen jetzt die Runde aber wir zählen sie nicht nur mit nur mit über sich wollen wir mal machen eine aber ohne zählen warte das heißt ja ok das heißt wir haben die nächste challenge verkackt äh ja passiert ne pass mal machen ähm dann sehen wir uns gleich in der Bonusrunde bis gleich marr marr ah ne falsch ich soll ich hab auch den marr gemacht anstatt moneten dann mach jetzt ein gutes moneten moneten ihr seht es mit einem cyber das game best auch einen zeit xd ich habe einen krill gemacht ich habe einen assist gemacht ist das gut auch ne digga einer von geht als jemand thompson tom 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 bauer nein aus dem spiel was 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 hab ich denn jetzt gemacht so ihr seht also anstatt jetzt ein scope nehme ich die mussel break drauf die mussel break macht weniger recoil und ich bin tot scheiße also bis mit der regel ne hm 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 so aber es eine Zeit bei der zum Glück echt geil hm ok ich bin halt einfach schlecht mit dem 1 2 also ist es nicht geil oh mein Gott wie scheiße war das kennenzulernen also dieses Runde dann habe ich mich aufgenommen Gott sei Dank nehme ich gar nicht ja aber ich bin noch schlechter als du ey hast du gerade meint wenn ich das aufgenommen hätte wie gesagt die runde zählt nicht wir machen aber nur eine extra runde für mehr konnte die so machen wir mal nicht oh fuck ich auch Luca ich auch egal ich hatte diese exklusive messhalter lecker hee 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 ja ich bin auch Sportler das Fall ist zu gucken ich bin erster Sportler von dem Anfahrt halt denn ich kann ja es ist ein mir das war aber der Check-Offs nicht immer wieder wird da wird sie will es aber trotzdem nicht hat machen wir können hohen das ist auf dem Kuh früher war ich bin ich bin es ist eine Mischung aus hk K2C und G36 das kann sich mal G36 ich auch nur ich besitze wie du spiele sehr selten weil ich habe und jetzt auch wieder ein bisschen level für vier Wochen weil ich möchte ich unsere Videos vier Wochen ein ganzes weiß wie ein überdachter ja ich muss nicht mehr ich muss einfach nur aktiv spielen so bei der K die habe ich nie gezogen nach der Zelle habe ich die irgendwie gemacht eigentlich ich mag auch gerade noch mehr so also der Fall ist verkacken zu wissen ich aber wenn wir es schaffen im Ziel wäre es dann Spaß erzählen sie nicht ich bin gar nichts außer ihr könnt in den Kommentar der Abstimmung für die Bonusrunde mitzählen sollen wenn wir sie schaffen das wird jeder entscheiden ach komm niger also irgendwie die die Schiefer nicht besonders schnell die Ausgabe das ist ein bisschen schmutzig hier sind die ziemlich langsam geschießen aber oh heavy oh den hab ich gelöscht oh ich muss es schon mal du musst ich mal das eine Zeit probieren das ist Chakuzelle sag ich dir ja so ich spiele mal für uns ein paar ich gehe Järner der auch noch Schlagschiff nein Digga bei mir waren zwei Jahre Malke noch wieder ein World of Warships Video ich bin mir die Zweitlaner Stufe 4 der Russen hoffentlich kommt mal machen wir mal World of Warships wieder weil du erst mal ein Exodos zocken bist man der ärgert mich weil ich GTA RP spiele wieder und nein das nehmen wir nicht auf soll besser sein weil es ist gerade so ich spiel es privat aber es ist so um Hype ich will nicht mit 10 da spiele ich lieber eine Zeit und deswegen heißt es auch an die Wand wow genau ja ich meine das mit aufnehmen ach digga der m4 typ ist gut ist gut der digitale m4 typ der ist so gut wie ich mit der m4 egal ich mach gerade richtig ich habe gesagt die kommentar sektion kann dann abstimmen ob wir die runde erzählen oder nicht das habe ich echt schön gesagt wenn die kommentar sektion ich sollte irgendwie anstatt sportlehrer sind deutschlehrer werden das ist du bist du bist sport und deutschlehrer ach komm dieser klar sportlehrer äh deutschlehrer hier kleinen fettsäcke die mit jünger mehr der eine typ hättet hättet so mit der leichte kann los ist richtig hoch geflogen ja das hatte ich auch schon mal davon habe ich auch ein clip äh 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 ja der hätte digga fragtiger dieser hubi kopter der erstmal der erstmal oh baby schwebbeln mach das mach das mach das danke du hast ihn nicht bekommen lol danke du kannst mich selbst machen der war noch richtig viel AP war grad einer? ja da war einer oder? ja mage 1 1 mach doch die scheiß striker äh ich hab doch schon dreimal jetzt striker ja das ist man schon verpackt wenn es noch ein Team Etat nix nur Pilser so sie seht ich bin ich bin ich der beste mit der Skar gebe ich zu du bist du soll ich besser mit der Skar oh Firefly leck ich hab mach das er hat die guckte hubi kopf der anleger gucken dann kannst du zähne ja wo sie mit 69 punkten gewonnen ja er könnte die kommentare zur abstimmung der ist level 1 oder so macht dieser honigkämpf oder warum das ausspricht der honigsamt der zugelegt bei mir ich könnte nicht treffen der übergelegt ja so als ich hätte dieses geschäft was das verdritte eine bonusrunde wurde das mal abstimmen auf das geschäft haben wir denn nicht Prozent der Orscht der Führung in der kommentare Sektion auf jeden Fall darüber ab um Sonsten Prozent Joachim stark keine Waffen vor ich kann immer alle meine zeigen er sei für meine Waffenzeiger Luca Kassel was blubbern was sagt irgendwas ich mach ne Kiste auf und ich krieg eine Jacke also weil Felix zu faul ist um jetzt die anderen Sachen zu sagen auf jeden Fall ich weiß es fackt ab aber uns ist scheißegal abonnieren liken Glocke aktivieren und auf Felix Twitch gehen weil das ist ja eigentlich öfters Wollte ich gerade sagen ist er in letzter Zeit nicht mal dazu vertexte los zockt der ärgerlich das stimmt aber also ähm wir sehen uns hoffentlich morgen wieder klar 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 hoffentlich hoffentlich und folgt folgt ne was joint und sein disco channel game talk der ist ist der der heißt noch verlinkt ja oder ja okay also auf dem Kanal Banner ist da der Disco Talker jetzt gerne rein ach lach nicht auf jeden Fall ich hab keinen Bock mehr Felix sag das letztendlich tschüss öh ja wie gesagt ich will ich kann nichts anderes sagen ähm man sieht sich dann äh in der im nächsten Video wahrscheinlich solle Vorschuss sein hau da renn bis zum nächsten Mal tschau tschau socken in der Lehn aaaaaaah